Max Meier rettet den 1. FC Köln. Am letzten Spieltag trifft er gegen seinen Ex-Club Schalke 04. So oder ähnlich würde man das in Köln wohl gerne lesen. Denn mit der Verpflichtung von Meier hat man sich in der Domstadt ganz viel Hoffnung eingekauft. Max Meier ist sicherlich ein Spieler, der uns eingehend weiterhelfen kann, dass er sicherlich ein gutes Spielverständnis hat, dass er sehr ballsicher ist, dass er natürlich auch in der Lage ist, Chancen zu kreieren, vorzubereiten, aber auch durch sein Passspiel dann in der Lage ist, gerade den Übergang von Defensive zu Offensive mitzugestalten. Dass er das alles kann, hat er auf Schalke eindrucksvoll bewiesen. Meier, Tor! Meier mit dem Schuss und dem Tor! Tor! Tor für Schalke! Max Meier! Die bislang beste Zeit seiner Karriere. 16 Champions-League-Einsätze, Berufung in die Nationalmannschaft. 2018 der Wechsel zu Crystal Palace. Hier ging zuletzt gar nichts mehr. In dieser Saison 0 Einsätze und jetzt der Schritt zurück nach Deutschland. Es hat sich in den letzten Tagen entschieden. Ich habe Kontakt mit dem Horst Held gehabt, den ich auch noch aus Schalker Zeiten kenne. Das war einfach gut, das Paket. Ich wollte wieder gerne Fußball spielen in der Bundesliga und es hat sich dann ein super Angebot mit Köln. Vielleicht ein Glücksfall für Köln. Wäre Meier Stammspieler, wäre er für den FC unerreichbar. Natürlich versucht man für alle eine Win-Win-Situation zu schaffen und wir haben alle recht schnell gesehen, dass die sein könnte. Max möchte natürlich dazu beitragen, dass wir in der Liga bleiben. Für ihn ist es natürlich auch wichtig, sich zu präsentieren und die Gelegenheit könnte es bei uns geben. Aber klar ist auch, Meier muss erstmal liefern. Der Spielrhythmus fehlt komplett. Ob er direkt ran darf? Fragezeichen. Konkurrenz muss das Geschäft beleben. In unserer Situation gibt es auch da keine Rücksicht auf irgendetwas zu nehmen. Sondern ich glaube, wir müssen für unseren Verein, für den 1. FC Köln, haben wir die Verantwortung, das Bestmöglichste zu tun. Und es gibt ja auch noch einen zweiten Hoffnungsträger, Stürmer Emmanuel Dennis. Ausgeliehen vom FC Brügge, zuletzt auch auf dem Abstellgleis, soll er den lahmenden FC-Sturm beleben. Wichtig ist für uns, dass wir wissen, welche Qualitäten die Spieler insgesamt haben. Und bei Dennis ist es ja so, dass wir diesen Spielertyp, wie er ist, so auch nicht haben und nicht hatten im Kader. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir den Weg zum Tor suchen. Den Spieler, der gerne auch mal zweite Spitze spielt, der mal über die Seite kommen kann, der aber auch eine alleinige Spitze spielen kann. Und das alles am besten sofort. Denn gegen den 15. aus Bielefeld ist in Köln mal wieder Endspielzeit. Für das Team, den Trainer sowieso und überhaupt. Es ist in der Begleitung das ungefähr 125. Endspiel, auch tatsächlich mit dem Namen tituliert. Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, was denn Endspiel tatsächlich dann in der Begleitung bedeutet. Endspiel würde bedeuten, danach ist Feierabend. So ist es zumindest, wie ich aufgewachsen wurde. Danach kommt nichts mehr. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Trotzdem, das ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Da könnte Retter Max Meier sofort für positive Schlagzeilen sorgen. In Köln würde man's gerne lesen.